Hallo zusammen, heute haben wir das Glück euch die niegelnagelneue Sunta Ambit 3 zu präsentieren und das als Exklusivität auf Q-Sport. Wir hatten die Gelegenheit die Uhr als erstes zu testen, sie ist einfach genial für alle leidenschaftlichen Läufer. Komm mit mir, ich zeige euch was ich kann. Die Sunta Ambit 3 Run ist eine Uhr speziell für Läufer. Dank dem integrierten GPS und Intervallplaner könnt ihr eure Leistung live auf der Homepage oder auf der Applikation Movescad mitverfolgen. Komplett parametrierbar und einfach zu bedienen, ob über dein Computer oder das Smartphone. Dank der Bluetooth-Konnektivität kannst du deine Daten ganz einfach auf dein Handy synchronisieren und du bekommst alle Zustellungen von Apple wie SMS direkt auf deine Uhr. Die Movescad Applikation ist auf iOS, Android verfügbar, wo ihr direkt eure Daten mit anderen Sunta-User teilen könnt. Die angezeigten Daten auf der Uhr könnt ihr komplett personalisieren. Ihr könnt zum Beispiel eure Herzfrequenz, eure Geschwindigkeit oder die Tagesleistung anzeigen. Eine interessante Funktion dieser Sunta ist das Fused Speed. Es ist eine Kombination der Daten des GPS und dem Intervall Workouts für sehr präzise Resultate. Wir haben sie getestet. Wir lieben sie. Falls du etwas Besseres möchtest, kannst du immer noch rennen.